Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge LS15 auf unserer Map kleinen Seelen-Map mit Maurice, hallo! Guten Tag LS17 ist doch nicht, dauert noch zwei Monate. Ne, ich habe gerade ein Video geguckt, da haben die über LS17 reden, deswegen... Ach, vom Sachsen-Netzplayer? Oder von wem das da von denen waren? Vom McManus, die haben... Ja, kann sein, habe ich gerade gesehen, dass es da steht, ich habe es noch nie anguckt. Spür ich auch noch so drüber und da habe ich gedacht, komm, dann kannst du es dir auch angucken. Welches Feld hast du gemacht? Acht? Acht hatte ich versucht anzufangen. Du weißt, dass das schon gedüngt ist? Hattest du das schon? Da bist du im Dünger drüber hergeflogen. Ja, aber es ging doch nicht, da hatte doch einen Bug. Ne, gedüngt ist das, das sieht man da. Ich fahr jetzt mal aufs Nachbarfeld, auf die 3, die sollte ja theoretisch funktionieren. Gut, jetzt gucken, ob das funktioniert oder ob das... Gut, gut. Wer hat eigentlich Kettenslängen gekauft? ich ja ja auf dem einen fällt ja auf einer wohl damit dieses baum soll ich da so stand als mal so ein baum in der nähe ist so machst hier ok ja das sieht schon besser aus also bei mir kommt was raus wenn du das rauskommt bei mir auch wenn alles vielleicht einfach schon gedüngt ist ja mit dem abfällen das hier kommt wir haben da vorne ja hier vorne ja ich bin schon mal drüber gegangen ja da bist du aber auch hast du auch gedüngt nein das sieht das sehe ich von hier aus ja dann fahr mal ein wenig zum weizenfelden was teilweise hast du gedüngt und teilweise nicht gedüngt ist hier auf mich fällt es aufs weitenfeld da ist auf keinen fall gedüngt ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht ob wir hier verkauft haben für Bäume weißt du das oder ich bin zufällig oder du könntest mal dein dein JTB-Motor so fahren ich habe nämlich eindeutig bei dem Stepper die mir PS und vor auf das Weizenfeld ist sowieso leer geräumt von daher kannst du das ja eh machen den ich ich es nicht das er Aber ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht, dem Motto zu tun. Ich komme mich mal wieder zum Hof zurück. Heute zum Aufnahmezeitpunkt fängt Sachsen, Let's Player, McManus und so eine neue LS-Reihe an. Irgendwas mit Forst, ich gucke da heute Nachmittag noch rein. Heute ist ja Dienstag, also sollte die Folge heute auch starten. Also wenn diese Folge rauskommt, bevor euch die Information ist, sind wir eine gute 1,5-Bereine. Weiter. Da geht ganz schön was rauf, eigentlich nicht, aber schon. Sollte. 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 Glückliche Kühe geben, beste Milch. Sollte. Sollte. Glückliche Kühe geben glückliche Milch. Sollte. Die Rinder sind auch alle glücklich, 100% Produktivität, die Kühe haben 110% Produktivität. Seit wann haben wir Hühner? Seit wann haben wir Hühner? Seit wann haben wir Hühner? Ja, hab ich gestern gekauft und aufgefüllt. Hühner machst du da einfach nur Hühner mit Eiern? Standard Spiel. Standard, oder? Also müssten eigentlich nur Eier rauskommen, oder? Ja, ja, klar, nur Eier. Wie viel Mist haben wir eigentlich? Wir müssten jetzt 33.000 Liter plus hier bei mir sind 37.000, 38.000 Liter haben wir noch hier im Lager. Also das ist ja rein von den Kühen hier, dann haben wir noch an den Rindern haben wir auch noch. Ja, und der eine Wagen, die eine Wagenladung, die ist ja komplett weg mit 30.000 Liter, das heißt wir hätten locker noch mal so 70.000 Liter hätten wir gehabt. Ja, wir hatten nämlich erst einen Mod drauf, aber der hat... Ja, der hat ein bisschen rumgeschwind. Also die Klappe ging auf, er wurde leer, war aber keine, ähm, Animationen. Ausschmeißanimationen waren und das... Ja. Na, haben wir den gleich wieder rausgegangen. Ja, der Trigger ist zu frei. Ja, so, genau. Eindeutig. Professor ist andersrum meiner. Na ja, jetzt geht das, das ist jetzt okay, das Wetter, sonst haben wir immer richtig Glück. Wetterreiche ist zwar bewölkt, aber noch kein Regen, eine Hitze. Ja, aber jetzt nicht. War nicht soweit. Er lädt, wo Maurice lädt. Gucken wir ihm zu beim Arbeiten. Können wir ja selbst mal mal in unsere Regenliefung zu gucken. Äh, im Spiel Donnerstag, also drei Tage sonst riechen. Oh, Kartoffeln. Zweimal. Wir haben nicht so viel. Und wir müssen noch zu den anderen ein Kerbfrüchte trinken, ne? Ja, haben wir doch. Kommt ja nachher ein Anhänger. Kannst du das nur in der Zeit machen, wo ich mal gerade nicht... Ja. Habe ich vorhin gesehen, habe ich zwar nicht geschafft zu machen, aber ich habe es schon mal gesehen. Mhm. Äh. Kühe, ja, Kühe ist ja alles voll um Schatz zu uns. Rinder, außer Erdfrüchte, haben die auch alles. Ja. Aber haben gerade noch nicht drauf. Und die Hühner sind auch glücklich mit ihrem Weizen. Ja. Boah. Ich schieb ab. Ich zählt mich am Boden. Am Boden. Ja, so ungefähr. Echt? Alles blass und grau. Ja, alles braun. Was ist das? Alles scheiße, Braun. Ja. Bisschen... Bisschen Spaß. Ey, Mann, du Scheiß. Ey, hallo, ruhig dich mal langsam. Vielleicht sollte ich mich etwas langsamer mit dem fahren, sonst ich war hier komplett ab. Ich hätte meinen John Deere genommen, die Schaufel, die wir gestern als Mod mit drauf getan hätten, und den 3,5 Tonnen schneiden da hinten dran. Ja, das wird vielleicht noch gehen, aber wahrscheinlich ist der Trecker zu breit dafür. Nein, der passt auch wohl drauf. Der kippt doch aus wieder. Ich glaube, wir müssen gleich noch zu den Rindern fahren. Das sieht zu geil aus. Steh auf, Männchen hier, ey. Hallo. Hallo, beruhig dich. Mach dich doch mal ein bisschen weiter runter. Achso. Oh. Fettkinders. So. Einmal noch. Danach. Dann haben wir's. Ach, Ding ist endlich leer wieder. Super. Dann sind's. Dann sind's. Äh... Ja. Misthaufen. Sechseinhalb sind noch drauf aktuell. Wenn du Glück hast, kriegst du das, was jetzt noch da drin ist, musst du in eine Schaufel angehen. Naja, ich krieg nur 4,5 in die Schaufel, deswegen. Den Rest scheiß drauf. Ja. Dann lass mal drin, dann kannst du mit deinem JTB gleich schon mal zu Rindermast. Zu Rindermast fahren und ich komm dann gleich zu Rindermast fahren und ich komm dann gleich zu Rindermast. Ich hab da schon den Steyr hingebracht mit Ballengabel und der Motschaufel. Die wir haben. Du willst, das ist gut, wenn du, wenn du dich damit traust, den damit zu beladen. Ich würd den damit nicht beladen. Aber was willst du denn machen? Ja, da müsstest du gleich Mist draufladen. Ach so, willst du da Mist draufladen? Ach so, ja gut, dann fahr ich schon mal. Weil da liegt, da liegen auch noch 50k, das müssten zweieinhalb Anhänger sein. Haben oder nicht haben. Naja. Ich bin hier jetzt gekommen, ist mir eigentlich scheißegal. Wir müssen endlich mal wieder Gras machen. Ja. Ja, das müssen wir auch gleich noch machen. Ich weiß ja, scheiße, ich hab gestern den Dings noch vergessen. Da, wo man nichts hätten braucht, die wir... Naja. Ich hab schon uns überlegt, ob wir uns nicht gleich zwei Schlepper schlappen, äh schlappen, äh schnappen. Butterfly-Kombi dran und dann abgeht die Nutsi alle Felder direkt mal einmal machen, dann haben wir sie jetzt einmal fertig. Ja, das können wir gar nicht machen, wenn wir die alle soweit fertig haben. Dann war Mist und Gülle fertig, weil erstmal muss ja eigentlich eh Gülle auf die Grasflächen drauf. Ich bin schon da. Ich bin auch, ich hab ja noch 70% dran. Ich bin auch, ich hab ja noch 70% dran. Ich bin auch, ich hab ja noch 70% dran. Ich bin jetzt drin. Mal sehen. Was er drauf fährt. Ne, kann man ihn nicht sehen. Scheiße. So bei ihr gucken. 50 km drin liegen, irgendwas in der Richtung. Mist. Ja, 44.000 jetzt, weil ich bin ja schon da. Ach. Ah, da hab ich was vergessen, na egal. Kommt. Ja, mal schnell einen Schuh kriegen, solange noch nicht hier bist. Ich bin auch am Arbeiten. Jetzt dann erst noch mal ein paar Matze und ist da drauf geschmissen. Alles was man mal so brauchen könnte. Ja, da hast du Heu. Wo haben wir auch noch genug Viecher? Was ist das hier eigentlich für eine Weide? Hier ging aber von dem Teil. Da ist alles mal eine ehemalige Wiese, die zum links gehörte, anscheinend. Naja, bis ihr rauscht. Haben wir eigentlich noch einen Acker, wo Mist drauf kann? Ja, da hinten bei dir müsste noch einer sein, oder? Da wo du mal die Kartoffeln runtergehörte hast, wo das Feld zu klein war, ist das gekauft von uns? Ja. Ich glaub schon. Dann fahr ich da jetzt direkt mit meiner restlichen 900.000 drauf und dann komm ich zu dir zum Abladen. Wenn nicht, wird das Feld drauf. Ach nee, halt. Ich mach jetzt erst das Feld oben an einer Dings. Haben wir auch noch eins, wo wir Gras gemacht haben. Obwohl wir auch tatsächlich noch Maisnäcker, wo man drauf kann. Wir haben's. Oh, Schimmel. Ruhig. Ja, das war's auch wieder mit der nächsten Folge von unserem LS-Projekt. Wenn ihr euch eine Folge gefallen habt, dann kommt nach oben, abonniert unseren Kanal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und bye, bye. Ciao. Ciao. Ciao.